Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Last of Us. Mein Kollege, für mich ist ein neuer Aufnahmetag und wir sind ja da überrascht worden mit einer kleinen Kugel. Und wir sind jetzt nicht mehr alleine. Und ich würde sagen, wir schauen doch mal, wer uns da besuchen kommt. Nein. Kann vermutlich hier noch nicht sein. Wäre irgendwie... Okay. Das war jetzt überraschend. Holy shit. Kommt ihr jetzt alles angerannt? What the fuck? Ich meine, das war eindeutig gescriptet, aber... Ähm... Ich glaube, ich will dich haben. Guck, die haben wir nachgeladen. Alter, wie viel Sinn hier. What the fuck? Äh, warum kann ich ihn hier nicht schleichen? Okay, das wollte ich jetzt gar nicht. Okay. Na, kommst du doch mal? Okay. Ist tot. Hä, warum sind die alle schon instant aggro? Mann, die haben schon wieder die Waffen an und ich kriege die Munition nicht. Das ist unfair. Und wieso habt ihr da einen Flair hintereinander? Und wieso habt ihr da einen Flair hintereinander? Fuck. Kein Funktion mehr. Alli, los, Deckung! Einen haben wir hier noch. Okay. Sag mal, ist das jetzt ein Bug? Ist ja nicht normal, ey. Ich meine, überall sind die Bugsteine, dass ich sie halt ablenken könnte. Aber ich kann es halt nicht nutzen. Dann mache ich eigentlich auch nicht schleichen, ne? Alter. Alter, was habt ihr? Ah, Medikit. Dankeschön. Nur noch sieben Schuss. Ah, da hinten ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Munition. Dankeschön. Wo? Nein, scheiße. Scheiße. Was soll ich jetzt tun? Was? Du musst mich hochziehen. Okay, bereit? Eins, zwei, drei. Ah, scheiße. Ich kann es aber nicht anschauen. Dann gehen wir einfach zum Pferd. Bugverband oder sowas? Oh, fuck. Holy shit. Ja, wie soll es mir gehen? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Oh, Gott. Komm schon, hoch! Oh, nice. Okay. Hey, ihr habt's auch gefangen. Raus da! Machen wir es auf die harte Tour! Ah, so ein Scheiß. Vor allem, er braucht nur Verband. Und jetzt komm! Mach schon! Hier ist keiner! Schnell! Also, ich wäre jetzt ziemlich froh, wenn ich die Fireflies sehen würde. Die uns helfen könnten. Oh, Mann. Hier, halt dich fest! Nein! Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch! Die Kleine, ey. Los, komm! Warum du schaffst es jetzt? Ich glaube dich. Jetzt. Oh, fuck. Hinter dir! Was? Ellie! Bleib so weit stehen! Vorsicht! Hey! Oh, Mist! Oh, Mist! Du schnall in der Rasse! Au! Ich! Jo! Hier! Steh auf! Legt den Arm um mich! Okay, wir gehen! Ich schwöre dir, wann wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte, ich öffne die Tür. Los komm! Ja, wir kommen ins Komitee da draußen. Scheiße! Oh, weh! Einfach disperrt. Komm so? Los! Ich glaub, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße! Joel! Hier! Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh ich schon auf! Joel! Oh, das wird nicht lang reichen. Oh, das wird nicht lang reichen. Oh, das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Du verjagst ihn nur. Okay. Wir gehen auf die Jagd. Ja, das kann ja nur gut werden. Weil ich der Jäger bin. Ah, ich werd, ich brauch mehr als einen Schuss. Wie war das? Das muss man, glaub ich, eher am Hals treffen. Oh, ne. Wenn echt, würdest du ja noch schauen, dass du... Wie war das? Du musst ja... Dass du Wind quasi zu dir hinbaust. Also, er darf nicht von hinten kommen. Weil er sich sonst riecht. Nicht bewegen. Naja, beziehungsweise, ich bin mal näher ran. Geil. Hoffen. Ah, verdammt. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach so erstmal nach oben laufen, und dass ich einen Damm irgendwie krieg. Irgendwie muss ich an Far Cry Primer jetzt grad denken. Einzige Far Cry, was ich nicht gespielt hab. Aber es soll ja gar nicht mehr so schlecht sein. Wo bist du hin? Und warum, glaub ich, dass das wieder so ein Skript-Ding wird, wo uns irgendwas überraschend wird. Wo ist der hin? Ja, vor allem hat er Ausdauer. Jetzt hab ich ihn zweimal getroffen. Ja, vor allem hat er Ausdauer. Oh, bitte lauf nicht in die Höhle oder sowas rein. Oh, bitte lauf nicht in die Höhle oder sowas rein. Hä? Einmal im Kreis rumlaufen oder wie? Ja, ich sehe nicht. Cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wollen wir da so Abdrücke machen? Hehehehe. Neit. Hey Kollege, wo bist du? Ja, das ist wirklich Hammer im Kreis. Äh. Hier rauf jetzt. Es gibt's noch nicht. Ach, Dauer rauf ist er jetzt. Okay, alles klar. Wieso lebst du noch? Ah, I see. Der führt uns irgendwo hin. Den hätte ich nie aufs erste Mal töten können. Uuuuh. Alte Miene. Da muss ich gerade an den Coal Mining Simulator denken. Der richtig, richtig, richtig gut war. Was ist das für ein Ort? Hab's auch gerade schon gesagt. Das ist eine Miene. Oh. Und da gibt's keinen Weg zurück. Ich wette, da haben wir Freunde hier in der Miene. We're on Coal Mining. Eigentlich nicht, es ist eine Miene. Aber scheint recht verlassen zu sein. Also, ich sag voraus, dass wir mal da hingehen. Dann gibt's Besuch. Nicht dein Pfeil. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ähm, ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir, dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen, Kugeln, Kleidung? Medizin. Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen und... Ich geh nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund, da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und ne Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehm ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay. Ich verstehe. Es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte. Du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch ne Waffe? Sorry. Okay, ich... Ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Okay, warum kommt der jetzt auf einmal? Ja, du bist gut. Ach, wegen ihm. China. Okay. 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 Okay, der Schuss muss sitzen. Ich kenn das Schuss. Warte mal her. Was? Alter, nachladen. Komm jetzt. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Ja, Moment. Na los, na los. Da kommen mehr. Wow, wow, wow. Klar, ich brauche eine Position. Mehr Infizierte auf dieser Seite. Das ist deine große Meute. Sie müssen dir gefolgt sein. Vielleicht sind sie dir um deinen Freund gefolgt. Das spielt keine Rolle. Wir schicken damit. Wir schicken damit. Wir schicken damit drin. Alter, laden nach. Alter, mach genau weiter so. Alter, ihr habt vielleicht keine Munition mehr. Hier, nimm die Munition. Lass die Akkipäer. Alter. Alter, 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 Alter. Alter, scheiße. Alter, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Fuck. Das war jetzt nicht so gut. So, ab wann haben wir jetzt wieder anfangen? Gleich von Anfang an. Oh, geil. Munition. Oh Gott, da kommen meine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Oh, guter Schuss, kleine. Scheiße, ich kann Munition mehr. Alter, Munition. Ja, ich bin unterwegs. Ich halte sie auf. Verwacht die Treppe. Alter. Munition? Okay. Komm, durchladen. Aber wenn die jetzt auf den Hirsch so reagiert haben, riechen die oder schmecken die irgendwie das Blut. Was jetzt alle auf einmal auftaucht sind. Oh, 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 oh. Na, geil. Hey, Kleine, alles klar? Ist okay. Hey, Flicker. Verschwinde da! Okay, aber bei euch kann ich ja doch eigentlich schleichen. Wo gehst du da so rüber? Uh, nice. So, ähm. Was ist da hinten? Okay, du gehst immer so im Kreis. I see. Ja, I know. Scheiße, da hinten steht einer. Okay, dann ist das vielleicht noch der falsche Weg. Hier runter? Okay, ja. Hier runter. Uh, das sind Buddies. Hier unten? Scheiße, da unten ist einer. Okay, schnell da rauf. Dankeschön. Nein. Nein. Da bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Okay, wir laufen dann erst mal. Wo ist die Tür? Wir müssen da hoch. Wo hoch? Da hoch. Ja, der Leiter sollte es geben. Ja, dann hebt mich mal hoch. Ähm. Ja, ich weiß, dass da die Leiter ist. Aber wie hoch? Gucken wir auf, hier irgendwie. Ja. Also ich würde ja schauen, dass wir hier im Untergrund irgendwie eine Basis machen. der größte Nachteil davon ist, wenn wir überrannt werden. Dann gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Da kommt es ja hier eh nicht hoch. Oh. Na, hab ich noch ein Messer? Na, scheiße. Ah, ich dachte, ich hätte noch so ein Messer. Schade. Ähm, kann ich denn ein Messer herstellen? Ja, aber ich kann einen Molotow machen. Und Sprengfalle. Wobei, einerseits... ...ist mir das ein bisschen lieber. Okay. Jetzt hab ich wieder ein Messer. So, komm, lass mich mal wieder nach oben. Komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Dann los. So, da, da, da. Und halte nach ihnen Ausschau. Ja, ja. Schon klar. Andererseits... Ich weiß nicht, weil das Messer irgendwie sparen, wenn ich den irgendwie ablenken kann, dass er nach da hinten geht. Na, wo ist er, der Kollege? Da, hinten. Na, komm her. Komm her. Du schaffst es. Na? Bist du da hin? Sehr brav. Kann ich grad den wieder mit. Und tschüss. Uh. Yes. Wieder sein Five-Lighting. Ja, nee. Muss ich mir jetzt nicht anschauen. Und Goodies. Her damit. Kommst du jetzt wieder? Nee, du bleibst da hinten. Ah, lieber einmal. Auf, leise. Ach, das ist der Exit. I see. Bitte schön. Na los. Gut, Achtung. Na komm. Ja, ich kann nicht. Jetzt kann ich. Wunderbar. 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 Hier durch. Na los. Das sieht nicht mehr sehr stabil aus. Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Pass auf, was du sagst. Ah, da ist in die Biene runtergegangen. Oh. Metz. Oh, sehr viel Metz. Warum sind hier so viele Sachen? Okay. Beide. Hermit. Nice, nice, nice. Und Sprengfall. Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Ja, hab ich. Aber ich glaube, wir werden hier gleich... Ja, von wo kommt die jetzt überall? Ja, wir machen schon mal eine Sprengfalle nach da unten. Ähm... Ähm... Äh, was? Oh, scheiße. Scheiße. War aber jetzt so nicht mehr. Alter, hilf aber mit. Fuck. Dankeschön. Scheiße, ich hab fast gar nicht so. Was? Nein. Nein, scheiße. Fuck. Nein, 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 nein. Das Gefühl hab ich aber nicht. Nee. Ich vertier dich, wir schaffen das. Molotov, komm her. Ringenfalle. Okay. Da kommen mehr. Wie viele von denen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Alter. Alter, nein, 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 nein. Alter. Alter. Fuck. Das wurde jetzt gut. Danke. Alter. Nachladen. Dankeschön. Gib, 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 gib. Durchladen. Oh, scheiße. Das klingt nicht gut. Ein Blatter. Ein was? Einer von den großen Scheißkerl. Allah. Muss es jetzt sein, dass du ins Auto auftauchst? Alter. Alter, nein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Gib mir das nicht. Die geht. Alter. Durchladen. Okay, wo ist er? Alter, weg, 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 weg Und so, gib her Alter, der ging ja diesmal richtig schnell Okay, Munition Bist du dir sicher? Du klingst ja richtig enttäuscht Ich überprüfe die Brücke Gehen wir bitte hier weg Alter Dass die alle nur wegen unserem Wildtier kommen Ist eher genau voll Ja, bitte unfertigen Sonst irgendwas? Ne Und? Hä? Hör mal Keine Infizierten Keine Infizierten Was hab ich gesagt? Ja, fürs Erste Na gut Lass uns zurückgehen Und nach unserem Vieh schauen Wenn das infiziert ist oder so Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine Ich finde Wir sind ein gutes Team Wir hatten Glück Glück? Nein, nein, nein Das war nicht nur Glück Nein, weißt du, Kleine Ich glaube, nichts passiert Ohne einen Grund Klar Im Ernst Und ich beweise es dir Also Dieser Winter War besonders hart für uns Vor ein paar Wochen, da Hab ich Männerlos geschickt In die Nähe der Stadt Um Um Nahrung zu suchen Nur ein paar kamen zurück Sie sagten, die anderen wurden Ermordet Meinen Verrückten Mann Und jetzt kommt's Der verrückte Mann hatte Ein Mädchen dabei Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund Hey Bleib ganz ruhig Du hast keine Schuld Du bist nur ein Kind James, runter mit der Waffe Vergiss es, David Ich lass sie auf keinen Fall gehen Runter mit der Waffe Jetzt gib mir die Medizin Den anderen wird das nicht gefallen Lass das mal mein Problem sein Und jetzt geh mir aus dem Weg Du schaffst das nicht alleine Ich kann dich beschützen Nein, danke Die lassen mich doch nicht einfach so gehen Jo, das wird noch ein Nachspiel haben Aber das wird verrückt Ich mein, irgendwas müssen sie angestellt haben Oder uns bedroht haben Ansonsten Ähm Hätten wir sie nicht getötet Weil einfach so Würde man ja die Leute nicht abknallen Erstmal das Pferdparken in der Garage Ich hab nicht viel zu essen gefunden Aber Ich hab das hier Oh, das ist relativ gut Zugnet Oh fuck Ist das ne dicke Spitze Sag mal los Tut mir leid Moment Das war's Du schaffst es, Jo Du schaffst es, Jo Oh scheiße Sie sind hier Ich werd versuchen sie von hier wegzulocken Ich bin bald zurück Ich hab doch gesagt Das hat ein Nachspiel Sind wir sicher, dass sie hier Dann auf der Stammesstraße sind Pferdespuren Sie ist hier Hey Ich hab sie Bewegt deinen Arsch Hey Schieß sie Scheiße, David Oh Okay Wir machen erstmal einen Abflug Holy shit Dass er eine ganze Kompanie kommt Das ist wirklich mal das ganze doof hier Das war ein Streifschuss Nein Fuck Oh man Nein Scheiße Shit Okay Okay Bitte jetzt Schleichpartie hier Okay Pfeil Wo muss ich denn jetzt überhaupt Ja David wollte sie leben Er kann das nicht bestimmen James hat gesagt, dass sie das bei der Uni war Wie viele von uns sind dort gestorben Oh Mist Das wusste ich nicht Scheiß auf David Ja, aber ihr habt's Angefangen bei der Uni, ne Das erledigen und heimgehen Ich frie mir den Arsch ab Ja, toll Und zwei Seiten Und dann müsst ihr da so Bitte kommt's nicht zu mir rein Wo zur Helle steckst du Ist sie da? Sie ist nicht hier drüben Ich seh sie Auf der Veranda Wo gehst du hin, hä? Hala Habgaren, geil Oh ja, gib her die Munition Laut durch Ah, die sind da hinten Ja, okay Die sind alarmiert Okay, noch einer Klasse Komm her Schau nochmal her Komm Warum schaut er dann nicht nach oben Wenn ich grad Okay So Hala Von wo? Ach, da Dafür zahlst du Kleines Miststück Okay Hast du Kugeln? Fuck Okay Dann halt mit dir weiter Okay Nicht, wie ich wollte Na gut Und wo? Und wo aus schießt du? Zeig dich Wo bist du? Nirgendwo in den Häusern? Ja, irgendwo vor mir Ja, da hinten Okay Was ist das jetzt? Dann mal in dem Haus Nach Munition Äh Welche gut? Oh ja, geil Super, danke Immer her mit dem Zeugs Okay Okay, ich glaub das war's für das Haus Einmal durchladen Na, ein Goodies Gesundheit Nois Explosivstoff Wo sind sie? Ja, hoffentlich weit weg und tot Aber wie gesagt, ich mein, das mit der Universität, das hat irgendwo ein Missverständnis Ich mein, wir sind ja nicht die Verlückten gewesen, wir haben uns nur verteidigt Aber sie haben es dezent anders erzählt Naja Oh ja Soll man eigentlich ein bisschen was basteln? Molotow Und einmal sowas Okay Okay Ich hoffe, da hat's keine Goodies mehr So Hast du Munition für mich? Ja, hast du Geil Hä? Theoretisch Kommen wir dann hier wieder runter? Okay Liebe Leute Wir sind wieder an der Zeit Ich würde sagen, wir machen Äh, weiter in der nächsten Episode Wenn's euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Dämmen erhoben da Oder ein Abo Wenn ihr ganz verrückt seid, dann wäre er sogar kein Name-Mitglied Bis zu den ganzen Folgen im Vorhinein Bis dann, bleibt gesund Und ciao Ja, liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload hier oben Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis denn dann Euer Brabura Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao, ciao